Der spirituelle Name Vaikuntha-Natha. Vaikuntha-Natha ist ein spirituelle Name, der Vaishnavas gegeben werden kann, beziehungsweise denjenigen, die das Mantra Om Namona Raya Naya haben. Vaikuntha-Natha ist der Natha, der Herr von Vaikuntha, also des Himmels. Vaikuntha-Natha ist eine Bezeichnung Vishnus. Wenn du den Namen Vaikuntha-Natha hast, dann soll das heißen, derjenige, dessen Meister aus der Himmelsebene kommt. Du willst keinen menschlichen Meister haben, du willst dich nicht von deinem Geist beherrschen lassen, auch nicht von deinen Emotionen, sondern dein Natha, dein höchster Meister, ist Vaikuntha, das heißt von einer höheren Ebene. Lass dich also nicht beherrschen von Emotionen und von Wünschen, lass dich auch nicht zu sehr beeinflussen von anderen Menschen, sondern sieh Gott selbst als deinen Meister an.